Hier wird ein ca. 193 Quadratmeter großes Bürogebäude zur Miete angeboten. Es befindet sich in Dortmund. Das Objekt ist ab sofort verfügbar. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 6,80 Euro pro Quadratmeter. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Sie sind in der Mitte der Miete des Objekts 6,80 Euro pro Quadratmeter. Die Miete des Objekts 6,80 Euro pro Quadratmeter. Vielen Dank.